Ich... Und dort hab ich den Kerl fertig gemacht. Der Klauer. Klar. Wo ist der Spiegel? Der kommt heute. Warum das? Hä? Roni und deine Freunde. Also zu Dings oder so. Zum Thiele oder so. Nee, das sieht doch auch nicht aus. Ja. Das ist eine Arbeitskollegin von dir. Ja. Das ist ja lustig. Keine Ahnung. Vielleicht ist das Schwule und seine beste Freunde. Ah! Keine Ahnung. Was ist das? Schwierig. Ah! Und du hältst nicht nur zu Hause aus? Nein. Ah! Ich... ... ... ... ... ... ... ... Wir haben noch mal einen Ballon-Ballon-Ballon-Ballon-Ballon-Ballon-Ballon.